jo leute was gehabt ich bin's wieder great fireworks und kommt zu einem neuen video auf meinem kanal und heute habe ich für euch die roter korsal büller von fire event das sind sehr gute büller für 6,95 hier sind insgesamt 20 büller in der packung wir haben hier insgesamt 30 gramm nemm ich mache die mal eben kurz auf und zeigt euch die mal da sind sie schöne kleine büller hier seht diese naja 30 gramm nemm hat derjenige hier bestimmt nicht ich glaube das sind 2,5 gramm nemm in einem drinnen kategorie f2 vorne und hinten sehr schön und ja ich würde euch als viel spaß mit dem test so als nächstes ja hier ballert schon so jetzt feier event roter korsal da haben wir die guten dinger ich würde sagen sind wir mal ein paar so 1 2 3 4 5 so und dann würde ich sagen fangen mit dem ersten an alter extrem lauter knall den nächsten alter die homilie hier geht's ab nächster der war er hell und jetzt machen wir noch zwei auf schlag so jetzt war auf schlag viel spaß ach ist doch mal einer angegangen auch da lag sogar daneben nur und jetzt der letzte richtig gute büller kaufe empfehlung geht auf jeden fall raus gibt ihm wieder ein daumen nach oben abonnier nicht vergessen haut rein bis zum nächsten mal abonnier abonnier Vielen Dank.